Hey Leute, grüßt euch. Wir sind zurück mit einem neuen Videoblog. Diesmal aus dem Meintrieber Studio. Ihr seht hier, das ist unser Couch, unser Privatraum, wo wir hier neben der Aufnahmekabine rumhängen können. Wir rekorden derzeit Vocals. Wir sind seit zwei Tagen dran. Wir haben mittlerweile ca. drei Songs ungefähr im Kasten. Es läuft, wir kommen gut voran. Wir haben den ersten Tag größtenteils in Einstellungsgeschichten verbracht, den Sound abgestimmt und sind nun dran, möglichst schnell die Songs im Kasten zu kriegen. Wir werden ja ein wenig von unserer Katze belästigt, aber auch das gehört dazu. Die brauchen wir natürlich auch hier. Wir zeigen euch ein bisschen Material. Wir werden ein bisschen was reinschreien. Ich und mein Schlagzeuger sind sehr ambitioniert im Moment, möglichst fette Sounds auf die Platte drauf zu kriegen. Da könnt ihr euch wirklich gespannt sein auf das Ding. Die Vocals, die wir jetzt hier schon so richtig trocken im Kasten haben, sind schon wirklich mehr als fett. Viel Spaß damit. Wir sehen uns. Jaaaaahhhhhh! Oder behalte den wir mal da. Ich mach den mal ein bisschen tiefer, aber wir machen da noch länger. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. Tief oder hinten, weiß ich es nicht. Kunso. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. Ich kann es nicht, ob der gut kommt. Let's don't tell me more. Oder war? Danke. Oder machen wir noch einen? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. 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 Ich weiß nicht, ob der gut kommt.